Dauerwelle, ich verpasse dir gleich ne Dauerwelle, aber erst mal werd ich dir ordentlich den Kopf waschen. Wir sollen nicht nur auf die Infektionen schauen, 20.000 Infizierte am Tag, kein Grund zur Sorge. Ich werd dir helfen Hendrik, so und jetzt gehst du dich schön entschuldigen und schick mir den Klaus Reinhardt als nächstes rein, meinetwegen auch unvermummt.